Na hallo zusammen, mich hier ist wieder heutzutage und ich freue mich wieder für euch in Battle for Asset Networks. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Kisten-Opening. Ich habe nämlich wieder ein paar Angelsäcke gesammelt, insgesamt 20 an der Zahl. Und die wollen wir jetzt aufmachen und ich hoffe, dass ich diesmal eine Angel rausbekomme, beziehungsweise die richtige Angel. Es sind ja insgesamt zwei Angeln, die ich haben möchte. Und ja, drückt mir die Daumen. Wir haben jetzt insgesamt schon 240 Säcke aufgemacht, also einige Episoden. Und ja, eine Angel haben wir, die zweite brauche ich noch und ich hoffe, dass jetzt hier die richtige drin ist. Zwei Säcke, drei, na komm, vier, fünf. Ich merke gerade, auf dem Zwing ist irgendwas falsch eingestellt. Normalerweise poppt hier immer das Zeug auf, was ich loote. Ist jetzt aber nicht so wild. Wir wollen ja einfach nur die Angel haben und die werden wir im Inventar auch sehen. So, dann haben wir einmal zehn Säcke aufgemacht und bis jetzt sieht es leider schlecht aus. Ein paar graue Items sind drin. Ähm, okay, mal schauen. Also ich möchte unter 300 Säcken bleiben. Hier in diesen grünen Säcken hat nämlich die Angel etwa eine Dropchance von 0,3%, zumindest laut WHO-Wert. Ach, schau mal, die Säcke, die gehen hier auf die anderen nicht. Und hier in diesen hellgrünen Säcken, da ist die Chance etwa bei, ne, bei den hellgrünen 0,3, bei den dunkelgrünen, also aus der Garnision 0,5. So, Pi mal Daumen, ne. Wie sie natürlich genau ist, I don't know. Das sind ja auch immer nur Richtwerte. Und, ja, es sieht schlecht aus. Das sieht sehr schlecht aus. Gut, das waren jetzt nochmal 20 Säcke. Also sind wir jetzt bei 260 Kisten, die wir geöffnet haben. Und, ähm, ja, das war wieder mal nichts. Ein paar Säcke habe ich noch hier drin. Die spare ich dann fürs nächste Opening schon mal, dass wir wieder 20 Stück zusammenkriegen. Und, ja, damit verabschiede ich mich traurigerweise schon wieder. Denn wir hatten keine Angel drin und ich muss blöderweise weiter Angel-Dailys machen. Ihr hört schon so ein bisschen die Freude raus. Irgendwann werde ich sie hoffentlich noch kriegen. Wie gesagt, ich verabschiede mich an der Stelle. Ich hoffe, das nächste Mal haben wir sie drin. Euer Tela, bis dann. Äh, ciao. Ciao. Ciao.